Wenn ihr im Anschluss habt, euren Kindern schönen Süßereien! Lasst uns aus einem Topf essen! Genau! Die Trennung geht raus! 4-0 auf! A1 auf! 2 hinterher! Was ist das? Nein! 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 Was denkt ihr später, wenn der nach Hause kommt? Ja! Die kriegen eine Beförderung! Ich habe noch drei verschiedene Menschen heute geschlagen! Haben wir Spaß gemacht! Hab's ja geschafft! Trotz Nieder! Obilen Scheinwerferanlagen! Zwei Gruppe wieder!